hey leute was geht herzlich willkommen hier zurück bei maishish wir haben heute mal wieder neuen tabak für euch auf meinem kanal und zwar hat holster mal wieder neuen tabak rausgebracht und zwar den smurf daddy was soll das ganze sein smurf daddy da kann man sich ja nicht wirklich was darunter vorstellen das ganze sein wildbeere himbeere schuss maracuja und joghurt also ja es soll in die frucht zwerge richtung gehen holster sagt allerdings dass dieser shot joghurt nicht cremig sein soll wie holster das gelöst hat schauen wir uns jetzt hier auf jeden fall an als erstes mal der tabak kostet wie immer bei holster 200 gramm 17 euro 90 ihr habt die in diesen gewohnten ja blech pappdosen hier oben mit einem alu deckel dann machen wir auf und riechen dran also vom geruch habt ihr auf jeden fall eine krass cremische note obwohl ihr holster sagt das soll nicht cremig sein aber ich finde geruchlich habt ihr auf jeden fall eine cremige note dies so ähnlich wie beim holster butter keks also bei der winter edition wer sich da noch daran erinnern kann ansonsten ich richtig maracuja sehr stark und halten den bärenmix im hintergrund also ich richtig quasi genau umgedreht wie es sein soll das ganze würde ich sagen hat noch eine gewisse kühle mit die riecht man auch die ist nicht sehr stark aber sie ist vorhanden zum schnitt ja es ist ein gewohnter holster schnitt ja mittel bis fein bisschen überschüssige molasse aber das ist nach dem umrühren vergessen ich zeige euch jetzt hier mal bloß kurz den schnitt den werter dann auch noch mal im kopfbau sehen und ja dann habe ich auf jeden fall schon alles zu dem tabak gesagt ich würde sagen wir gehen jetzt hierüber in den kopfbau im werk und zeus locker fluffig reinfallen lassen auf dem kontakt mit smoke box drin und drei kohlen und dann bin ich auf jeden fall sehr gespannt wie so ein frucht zwerge tabak schmecken soll also ich habe den kopf jetzt mal schnell angraucht weil ich habe den ein bisschen zu lange stehen lassen und ich würde sagen wir nehmen jetzt hier mal den ersten zug vom holster smurf daddy ja und ich glaube rauch entwicklungstechnisch brauche ich nicht viel sagen raucht super holster gewohnte rauchmenge und ansonsten wie ist das ganze jetzt geschmacklich also erstmal habt ihr beim einziehen wieder bei beim eiskaktus diese menthol note ja also diese diese konforme holster menthol note also ich denke da ist ein bisschen holster booster drin ansonsten ihr habt ich finde die maracuja ist wie im geruch sehr stark und sehr prägnant vorhanden der bären mix kommt dann im hintergrund ich würde ihn auch so beschreiben aus roten waldbeeren und himbeere aber es ist keine künstliche ekelhafte himbeere wie man das so kennt sondern es ist wirklich eine sehr sehr leckere fruchtzwerge himbeere so würde ich das schon beschreiben diese waldbeeren geben so eine ja schöne natürliche süße note mit und dann habt ihr halt so eine joghurt cremigkeit also es ist keine cremigkeit wie beim holster booster wie beim holster winter edition beim butter keks sondern es ist wirklich mehr so eine joghurt note so eine joghurt cremigkeit also nicht so eine krasse cremigkeit wie bei kekstabak oder sowas ansonsten er ist sehr sehr lecker muss ich sagen ich rauche ihn super gerne das ist jetzt auch schon mein dritter oder vierter kopf aus der dose raus also von daher super gemacht was mich allerdings stört ist diese menthol note und ganz ehrlich da muss ich sagen diese frische kühle menthol note gehört für mich nicht in den fruchtzwerge tabak also in den joghurt tabak gehört für mich dann nicht wirklich rein wenn ihr drauf steht ist das natürlich alles kein problem aber wir ja wissen ich stehe jetzt nicht so krass auf menthol minze wenn sie dezent gehalten ist ja aber holster ja übertreibt daher meiner meinung nach immer ein bisschen aber das ist ja immer geschmackssache ansonsten ist der tabak sehr sehr lecker also ihr habt wie gesagt wirklich so eine schöne saure reife maracujanote und dazu diese waldbeeren und diese himbeere die sich allerdings mehr im hintergrund aufhält deswegen finde ich die beschreibung ein bisschen unpassen also es ist für mich eher maracujanotabak mit einer waldbeer himbeer note mit einer gewissen joghurt cremigkeit die sehr sehr gut getroffen ist die sehr sehr lecker ist aber mich stört diese menthol note aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden wie er den findet ansonsten top tabak ja da hat holster ein gutes brett rausgehauen aktuell rauche ich den sehr sehr gerne auch sehr sehr oft und ich kann euch nur empfehlen probiert den wirklich mal aus das ist wirklich ein top tabak und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen außer ich hoffe ihr schaltet das nächste mal wieder ein lasst mir gern leichter über ein abo würde ich mich riesig freuen und ansonsten macht's gut bis zum nächsten mal hier bei mysheesh